Hallo, hier ist die Schminkschule Marlow Wills mit einem neuen YouTube Video. Heute ist unser Thema Face Contouring. Dazu möchte ich aber eine ganz kleine Geschichte erzählen. 1985, 36 Jahre her, habe ich mit dem Dumont Verlag aus Köln ein Schminkbuch geschrieben. Und was haben wir da gemacht? Schon Face Contouring. Und das finde ich so amüsant und so interessant, sage ich auch mal, Ihnen das zu zeigen. Wir haben uns nur damals beholfen, mit dem dunklen Schattieren einfach einen braunen Augenbrauenstift genommen. Aber das sehen Sie gleich bei unserem Michelle mit den richtigen Produkten für Face Contouring. Viel Spaß dabei! Michelle wird Ihnen heute einmal Contouring mit Camouflage vorführen. Die Nummer eins, die helle Farbe aus der Camouflage-Palette, wird erst auf den Handrücken aufgetragen. Es wird weicher und mit einem Make-up-Pinsel dünn auftragen. Den Nasenrücken aufhellen. Nach oben etwas mehr ausstreichen. Dann unter den Augen wird auch hell aufgetragen. So eine Art Dreieck. Können Sie sich gut merken. Und einen ganz, ganz leichten Hauch unten am Kinn. So, die zweite Farbe. Das ist aus der Camouflage-Palette, die Nummer fünf. Das ist die dunklere Farbe. Die wird jetzt da aufgetragen, wo Sie etwas zurücktreten lassen möchten. Auch wie immer auf den Handrücken auftragen, verteilen durch die Körperwärme. Wird das auch weich? Fangen Sie genau da an und nach außen hin wie einen geraden Strich ziehen. Es ist auch ganz, ganz einfach. Und unterhalb nochmal einen zarten Strich, dass es nach außen hin verstärkt ausläuft. Oben am H-Ansatz gehen Sie ganz einfach, ganz normal an den H-Ansatz entlang und schattieren da die dunklere Farbe. Und wenn Sie möchten, können Sie auch hier in dem Bereich nachher, damit das Gesicht noch etwas kantiger wird, eine ganz leichte Kontur in Dunkel setzen. Und nachher zum Schluss an der Seite von der Nase noch etwas dunkler schattieren. Und dazu nehme ich gerne einen schmalen, oder vielmehr Michelle, einen schmalen Pinsel. Sie können es sehr, sehr leicht mit der Camouflage-Creme machen, weil das können Sie nachher wunderbar verarbeiten. Mit einem kleinen Make-up-Schwämmchen können Sie jetzt das aufgetragene gut verblenden. Wir nehmen erst die helle Farbe und in ganz leichten Bewegungen verblenden Sie die helle Farbe in die übrige Teintfarbe ein. So, jetzt nehmen wir ein zweites Schwämmchen und schattieren die dunklen Farben auch ein oder pettern die ein, verblenden sie, dass es wirklich nicht so stark herüberkommt. Zum Fixieren nehmen Sie den farbneutralen Puder. Den können Sie für den Tag leicht mit einem Pinsel auftragen. Sollten Sie es wasserfest und reibfest mögen, dann tragen Sie den Puder stark auf, lassen diesen zehn Minuten einwirken und nehmen den Überschuss nachher mit der dazugehörigen Bürste ab. Wer es jetzt etwas stärker haben möchte, nimmt aus der 3er Face Contouring Palette den hellen, mattenton und setzt den noch einmal über die helle Camouflage. Jetzt nehmen wir den dunkleren Farbton und setzen diese nochmal in die dunkle Kontur. Lieber vorsichtig anfangen von außen nach innen und verblenden. Auch können Sie hier zum Schluss noch einmal die Bürste gleich nehmen, um es alles, alles ineinander überlaufen zu lassen. So und Highlighten tun wir auch mit der mittleren Farbe aus dem 3er Set. Dazu nehme ich wieder einen schmalen Pinsel und da, je nachdem wie Sie es haben möchten, für den Tag weniger, für den Abend kräftiger, das bleibt eigentlich jedem selbst überlassen. So, das waren beide Male zwei Varianten für Face Contouring. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Wenn Ihnen dieser Make-up-Look gefallen hat, dann geben Sie unserem Video gerne einen Daumen nach oben, lassen Sie ein liebes Kommentar da und vergessen Sie nicht auf den Abonnier-Button zu drücken. Ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss! Da, ich darf… Untertitelung des ZDF, 2020